Du solltest auf jeden Fall zur Demo kommen, wenn du auch dafür bist, dass Kinder mehr Recht auf Hilfe bekommen sollten. Und das Herz hat ja eigentlich keine Knochen, aber wird trotzdem am meisten gebrochen, sagt man ja auch. Und es sollte auch in der nächsten Zeit mehr Hilfe angeboten werden und den Kindern das Gefühl weggenommen werden, dass sie dafür schuld sind.